Hallo liebe Sean-David-TV-Fans, es ist offiziell, wir gehen auf kleine Mini-Live-Tour. Und zwar im November diesen Jahres 2024 könnt ihr uns sehen und zwar in Hamburg und in Düsseldorf. Mit dabei sind natürlich Nizar, Daniel Schröckert, meine Wenigkeit und vielleicht die ein oder anderen aus unserem Team. Wer weiß, wer weiß. Tickets könnt ihr euch sichern unter legendsofcinema.com. Seid dabei, wenn wir live rumnörden für fast zwei Stunden. Also nicht verpassen, Tickets sichern auf legendsofcinema.com. Genauso war das. Bis bald. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Sean-David-TV mit zwei Menschen, die nicht nur Föhne... Die nicht nur Föhne mögen, die Filme mögen, die Filme... die Filme mögen. Sondern auch zwei Jungs, die ja bereit sind an einem Wochenendtag bereits um neun Uhr in der Früh das Mikrofon in die Hand zu nehmen. Ja. Freiwillig, um euch natürlich eine tolle Folge zu präsentieren. Mit mir natürlich Robert Becker. Hallo, hallo. Moin, moin, moin. Es war ja so, dass wir gestern schon bereits aufgenommen haben, ein bisschen weniger gemacht haben als ursprünglich geplant. Aber wir konnten irgendwie es nicht übers Herz bringen, diese Folge jetzt nicht aufzunehmen. Nee, vor allem, weil der Film, über den wir jetzt sprechen, ist für mich auch ein ganz wichtiger. Den mag ich über alles. Und ich hab mich extrem gefreut, über den sprechen zu dürfen halt, ne? Weil man muss ja hier auch, was muss man dazu sagen, mal so ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Man muss ja immer gucken, dass man hoffentlich auch die Filme sozusagen abbekommt, die man sehr, sehr, sehr gerne machen möchte. Denn das Team ist ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen größer geworden. Und jeder bringt natürlich so seine eigenen Vorlieben mit, seine Lieblingsfilme und so. Und dann melden sich die Ersten und sagen, ich will den, ich will den, ich will den. Und dann stehst du manchmal da und denkst, ach, kacke. Den hätte ich auch gern gewollt. Genau. Ja, das Problem hab ich nicht. Wobei, 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 wobei ich ja auch Titel abgebe, ne? Das stimmt, ja. Ja, also ich teile ja auch. Ja, ihr habt's ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir reden heute über Total Recall. Aus dem Jahre 1990 ein absoluter, ja, absoluter Klassiker, der, glaube ich, jedem 80s, 90s Kid ein Begriff sein sollte. Und wenn nicht, dann werdet ihr spätestens nach dieser Folge wissen, warum der gesehen werden muss. Ja, fangen wir, bevor wir in die Story reingehen, erstmal darüber anzusprechen, wer die Regie geführt hat. Das war der gute Paul Verhoeven, der, glaube ich, mal wieder die 1A-Besetzung für genau diese Art von Film gewesen ist. Er hat ja kurze Zeit vorher Robocop abgedreht, wo er, ja, glaube ich, in Hollywood für Riesen-Tam-Tam gesorgt hat. Wo er gezeigt hat, in Hollywood, wie Satire gepaart mit geiler Action gepaart mit, mit geil, geil, ja, geilem Look, geile Story, geilem Gesamtpaket. So, und, ja, hat dann generell einfach gezeigt von wegen, hey, nicht nur die Amis können's, sondern auch der gute Holländer. Ja, genau, und das Coole an der Nummer ist ja, dass er gar nicht federführend war, dass er das macht halt, ne. Er hatte nämlich nach Robocop gar keinen Bock mehr auf Science-Fiction mit so großen Spezialeffekten und so, weil es natürlich extrem aufwendig ist und langwierig und er hatte da keine Lust mehr drauf. Und Schwarzenegger hat ihn überredet, das Ding zu machen, denn der war schon jahrelang hinter diesem Drehbuch her von Total Recall, was er basiert auf einem Buch oder einer Kurzgeschichte. Ja, genau, von Philip K. Dick, an dem wir ja auch noch ganz andere Sachen zu verdanken haben. Und, ja, Schwarzenegger hat sich dahinter geklemmt, der hat ja Robocop natürlich gesehen und dachte so, der Paul, das ist er, den muss ich unbedingt ins Boot holen. Ja, aber Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber Arnold Schwarzenegger war ja ursprünglich auch für Robocop angedacht. Genau, ja. Er hat sich schnell herausgestellt, okay, der ist einfach zu breit, um den halt in einen Robo-Anzug reinzupacken, und dann wurde das Ganze wieder fallen gelassen, aber... Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Arnie hat halt danach gesehen, von wegen, ey, der Film ist echt geil und mit dem Typen will ich arbeiten. Ja, Schwarzenegger hätten sie die Robocop-Rüstung anmalen können. Ja, ja, theoretisch echt. So Bodypaint. Ja, genau. Ist gut, geh mal, fällt schon in keinem auf. Ja, die Story muss man dazu sagen, und das ist etwas, was mir auch beim Rewatchen nochmal massiv aufgefallen ist, wusste ich auch schon damals, aber jetzt nochmal mit einem frischen Look darauf. Man muss halt aufpassen, so, man muss halt wirklich den Kopf anmachen, um wirklich folgen zu können und verstehen zu können, okay, was passiert da gerade. Und ich hoffe, du schaffst es zu erklären, für diejenigen, die den Film auch nicht gesehen haben, ja, worüber handelt das und was passiert da? Also, wir befinden uns in der Zukunft im Jahr 2084 und mittlerweile wurde sogar der Mars kolonialisiert und der gute Douglas Crade, gespielt von Arnold Schwarzenegger, lebt auf der Erde ein, ja, relativ eigenes, loses Leben mit seiner wunderschönen Frau Lori. Ja, und ist da Bauarbeiter und hat aber ein Problem, denn er träumt ständig vom Mars und einer anderen wunderschönen Frau, einer brünetten Frau und irgendwann denkt er sich, weil seine Frau, nämlich, also Lori hat gar keinen Bock auf Mars zu fliegen und er will da unbedingt hin, weil er dem irgendwie auf die Spur gehen will und irgendwann denkt er sich, ey, da gibt's doch so ein cooles Programm. Recall nennt sich das gute Stück und dort kann man hingehen und sich Erinnerungen für einen Urlaub einpflanzen lassen und er geht da hin und bevor das Ganze bei ihm eingepflanzt wird, so erzählt es zumindest die Geschichte, stellt sich heraus, dass sein Leben, was er führt mit seiner Ehefrau Lori, seinen tristen Alltag da auf der Erde, das ist gar nicht sein Leben. Denn er war scheinbar schon mal so eine Art, ja, Agent bei Bösewichtner auf dem Mars und ihm wurde die Erinnerung nur eingepflanzt, dass er auf der Erde als Bauarbeiter da lebt und jetzt muss er gucken, was stimmt denn jetzt? Und das Witzige an dem Film ist ja, weil du gerade meintest, die Handlung ist so ein bisschen, man muss aufpassen und gucken und Wendungen und so, selbst wenn man den Film zu Ende geguckt hat, kann man ja immer noch spekulieren, was stimmt denn jetzt? Ja, ja, genau, also man weiß danach auch nicht wirklich, okay, was ist jetzt richtig? So, aber das ist gerade eines, ich musste gerade bei einer Sache schmunzeln, so, der arme Quaid, der nur ein Bauarbeiter ist und Sharon Stone als Frau hat, der arme Arme, der tut mir so leid, ey. Ja, Frauen sind sehr viel, aber dann scheinbar für ihn auch nicht alles, weil er will ja da weg. Ja, Sharon Stone, so, ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, Hauptrolle gespielt von Arnold Schwarzenegger, hatten wir gerade auch schon kurz angehauen, ich finde, man merkt in diesem Film, dass er wirklich angekommen ist in seinem Selbstbewusstsein und im Schauspielern und eben, okay, ich bin jetzt ein Actionstar. Ja, also, ich finde, er hat nochmal im Vergleich zu Terminator, wo die Performance natürlich auch top war und den Film dazwischen, ich finde, da hat er angefangen wirklich, wo du siehst von wegen, okay, zu 100 Prozent, der ist gestanden, der fühlt sich sicher vor der Kamera, so, der, der hat ja auch da, finde ich, schon diese Superstar-Aura einfach. Der hat, es gibt in dem Film, finde ich, so ein paar Szenen, wo dieses Charisma von diesem Mann so in die Kamera hüpft, mir fällt da spontan zum Beispiel die Szene ein, gegen Ende wird er ja nochmal da angeschnallt auf diesem Recall-Ding und kriegt dann von dem, dem einen Bösen, gespielt von Michael Ironside, nochmal so ein Ding in die Fresse halt, ne, und dann guckt er von unten nur so hoch, so übelst angepisst halt und das ist so krass, also, wenn er mich so angucken würde, dann wäre ich aber ganz schnell weg. Ja, aber das ist genau das, was du sagst, und das kann man, also man hätte früher sagen können von wegen, ja, okay, ist nicht der krasseste Schauspieler, okay, Ansichtssache, so, aber Charisma, kann mir kein Mensch erzählen, dass der nicht in den 90ern einfach, also die Kamera hat ihn einfach geliebt, so, und das finde ich halt aber auch schön, dass du halt siehst, dass sich das von Herkules in New York. Ich wollte es gerade sagen, ja. Also, dass sich das halt immer mehr gesteigert hat und dass da halt auch eben krasse Verbesserung war bei Arnold Schwarzenegger. Also, dieser Sprung, und man muss ja Herkules in New York nicht mal komplett gucken, da kann man ja bei YouTube, ich nenne es mal Best of, wo er da steht und wo er da labert, anteiert, anteiert, anteiert auf so Same-O-Cinx. Ja, the Same-O-Sheet. Ja, boah, ganz, ganz, ganz hart. Das ist schon krass, also, diese Entwicklung ist schon, ja, ist auf jeden Fall respektabel, also extrem respektabel. Ja, jetzt hatten wir gerade Sharon Stone angesprochen, die Laurie spielt, jetzt ist es natürlich, für diejenigen von euch, die jetzt nicht so ganz weit nach hinten gucken, man würde denken von wegen, ja, Sharon Stone, da schon Superstar gewesen, da war sie eben noch kein Superstar, da war sie up and coming, da war sie gerade dabei, immer mehr größere Rollen zu bekommen. Ich glaube, vorher die Dinger, die sie gemacht hat, war zum Beispiel Quartermain, hier der Indiana Jones Verschnitt von Canon Films, den ich übrigens sehr, sehr liebe, den ich auch sehr, sehr oft geguckt habe. So, dann hat sie sie noch bei Police Academy 5 mitgespielt, jetzt auch nicht so ein mega High-Budget-Film etc., also sie war noch kein Superstar. Der große Durchbruch kam wirklich erst, okay, Total Recall war natürlich schon dann ein großer Hit, aber der Durchbruch als Solostar kam dann halt mit Basic Instinct danach. Ich habe den Total Recall, meine Freundin kannte den nicht und wenn ich die Filme rewatche, sind ganz oft Filme dabei, die sie halt nicht kennt und dann so, ah, und dann fragt sie mal, die Schauspielerin, die kenne ich doch. Und ich habe nur den gemacht. Und wusste sie sofort Bescheid? Die wusste sofort Bescheid, ah, okay, alles klar, das ist sie. Ja, und ganz ehrlich, also, ich kenne ja ultra viele so Behind-the-Scenes-Stories über sie und es ist immer schwer zu sagen, so Leute labern halt auch für Mist, deswegen weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber es haben sich halt diverse Hollywood-Schauspieler halt damals schon geäußert, von wegen, dass sie halt nicht die einfachste ist. Und dass sie, zum Beispiel am Set von Quartermain, war sie so gehasst, sodass die Ureinwohner, die da mit ihr gedreht haben, sogar in einen Wasserkügel reingepinkelt haben, wo sie drin geschwommen ist und so weiter. Und, ähm, ja, ich kann aber jetzt gerade nur was über die Performance sagen, ich finde, das macht sie richtig, richtig gut, so du kaufst ihr und das ist halt das Ding, also sie ist am Anfang ja echt einfach nur wunderschön und du denkst von wegen, ey Arni, du Glückspilz, aber wenn sie diesen Umschwung macht zu dieser anderen Seite, es fällt dir nicht schwer, sie ganz, ganz schnell zu hassen. Ja, und dazu kommt natürlich auch noch dieses Körperliche halt, ne, weil die ja dann auch nochmal aneinander geraten, ne, als dann rauskommt, dass sie halt eben nicht nur die wunderschöne Ehefrau ist, die brave, nette, die mal zu Hause hockt und, äh, mit ihrem Körper dich bezirzt, sondern halt auch ein bisschen, ja, äh, eine von den Bösen im Grunde ist und dann, ähm, fangen die ja auch an sich zu verprügeln, ne, und das macht sie auch richtig gut und man sieht auch, dass sie es ist, also. Richtig, genau und da muss ich sagen, bei den ersten Szenen, ich hab nochmal echt drauf geachtet, bei den ersten Szenen, find ich, sieht's ein bisschen holpriger aus mit den Fight-Szenen, weil der macht sie ja auch einen Roundhouse-Kick und diese ganzen Geschichten, so aber gegen Ende oder gegen mehr Mitte, da hat sie ja auch einen Fight mit, äh, mit der anderen Dame und da zum Beispiel sieht's halt echt gut aus und da hab ich nochmal recherchiert und zwar, die hat, äh, Taekwondo gemacht für, also in der Vorbereitung für den Film und selbst Arnold Schwarzenegger hat sie massiv gelobt und hat gesagt von wegen, ey, die war so tough beim, beim, beim Shooten, da gibt's sogar auch so, 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 so Videomaterial, wo sie sich selber, ähm, hat filmen lassen, so der Prozess der, der Körperveränderung, also wie fit sie geworden ist und Anja hat sie wohl irgendwie nach dem Drehen nur noch Female Terminator genannt. Ah, okay, genau. So, und, aber sie war auf jeden Fall ultra fit, also das muss man dann am Ende halt echt ihr auch zugestehen. Ja, dann haben wir, ähm, bei den Darstellern noch Michael Ironside, der, ähm, Richter spielt, der spielt ja so, und das, das macht er halt auch gut, so den Lakaien von, 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 von Kohagen, also den, 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 den Zweitboss oder wie auch immer man ihn nennen will und der hat halt auch eine, Tilo hätte jetzt gesagt, eine Fresse zum Reinschlagen, so, ähm, ähm, er macht das sehr, sehr, sehr gut, also das ist halt auch jemand, wo du innerhalb von zwei Minuten sagst, ey, ich find dich so scheiße. Der ist halt auch prädestiniert, äh, für Rollen, wo er so ein bisschen den, den steifen, autoritären Typen spielt halt, ne, das hat er dann, äh, später bei, äh, Starship Troopers ja dann auch gemacht, äh, da hatten Paul Verhoeven ja wieder zurückgeholt, quasi, und, ja, der, das ist genau der Typ, so, ich würd jetzt nicht behaupten, dass es nur Typecast ist, aber der ist halt geboren für solche Sachen. Ja, ja, der kann das halt echt extrem gut. Und was dann halt aber lustig ist, was man am Anfang ja erstmal nicht weiß, ist, dass ja nochmal ein Boss über ihm ist, so, und dass, dass er selbst, ja, gar nicht so der, der Ultramacher ist. Und dann ist halt die Frage, wen setzt du denn über so einen Schauspieler nochmal drüber, wo du dann als Zuschauer auch denkst, von wegen, okay, dass der nochmal drüber sitzt, das verstehe ich. Na, der Chef von Axel Foley. Ja, dann ist es halt Ronny Cox, so, und, 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 der gefühlt auch in, also, der ist auch prädestiniert für diese Rollen, für dieser Boss-Anzugträger, so, und, und, ähm, ja, macht's halt auch wieder gut. Und das ist auch wiederum schön zu sehen, dass Paul Verhoeven halt sich auch wieder genau die richtigen Schauspieler für diesen Film halt ausgesucht hat. Also, selbst für die kleineren Rollen oder die stärkeren Nebenrollen, so, der Film ist von A bis Z einfach ultra gut besetzt. Ja, auf jeden Fall. Und alle machen ihren Job halt gut. Ja. Da gibt's keinen Ausreißer. Wer mich ein bisschen überrascht hat, war die Melina, weil die kannte, also, ich bin ehrlich, ich kannte sie nur aus diesem Film. Ich weiß nicht, was sie danach gemacht hat, was sie davor gemacht hat, so, und, ähm, ich fand sie im ersten Moment doof, weil ich, äh, die erste Szene, wo ich sie jetzt so richtig, wahrgenommen hab im Film war ja da, wo, ähm, Arnold Schwarzenegger sie mit in ihr, in ihr Zimmer da, äh, genommen hat und sie quasi ihm dann eine Backpfeife gibt und ihm so die Vorwürfe macht und er die ganze Zeit sagt, ey, ich erinnere mich halt an nichts und so weiter und sie ihm halt voll die Szene macht. Und ich dachte, boah, so, du, du, du doofel Kuh, so, der versucht dir doch gerade zu erklären, so, dass der einfach nicht weiß, wer er ist. Und sie ist dann halt so zickig und so weiter, hat aber dann ihren goldenen Moment, äh, einige Minuten später, wo sie ihm dann halt das Leben rettet. Genau, ähm, ich bin ja auch jemand, der sich dann bei solchen Szenen und leider Gottes auch gerade bei Frauen, wenn die anfangen rumzuzicken, sag ich jetzt mal, äh, der sich dann auch gerne mal aufregt und sagt, äh, krieg dich doch immer jetzt ein, ne, ähm, hör doch am nächsten Mal zu, so. Aber ganz ehrlich, würdest du, würdest du dem das glauben? Von wegen, ich hab keine Erinnerung mehr, ich weiß gar nicht, wer du bist. Naja, er kommt, guck mal, er sucht sie ja auf. So, das heißt also, er hat ja offensichtlich Interesse daran, also sie, sie ist ihm ja nicht egal, was sie ihm ja Vorwürfe gibt. Ich bin, du hast mich nie gelebt, ich bin dir egal. Weil, nee, offensichtlich nicht, weil er kommt ja zu dir zurück. Aber ja, es ist natürlich klar, man kann es von zwei Seiten sehen, man kann es von der Seite sehen, von wegen, je nachdem, was halt vorher vorgefallen ist und was für Storys er dir schon aufgetischt hat, dass die Glaubwürdigkeit einfach vielleicht sehr stark darunter gelitten hat. Ja, zumal mit dem Background, weil ja gegen Ende des Films auch noch rauskommt, dass sein anderes, altes Ich, also Hauser, ähm, gar nicht mal so der gute Typ war halt, ne? Richtig, ja. Deswegen, ja, im Nachhinein, vielleicht kann man es halt verstehen, aber wie gesagt, sie hatte ja für mich eh ihren, ihren Moment, wo ich dachte von wegen, okay, cool, du lässt ihn jetzt nicht hängen, so, du bist gekommen, um ihm, äh, beiseite zu stehen und da war auch halt alles wieder, äh, wiederum cool. Und ich finde auch, dass sie ein guter Gegenkontrast ist zu Sharon Stone, war auch wichtig, dass sie halt dann dunkelhaarig ist und halt nicht, äh, eins zu eins die Kopie. Da, äh, gab's nicht auch noch die Szene da von wegen, äh, wo, wo, äh, sie ihn fragt von wegen, äh, was, was hast du dem, äh, womit hast du das Ding gefüttert und er sagt Blondinen? Ey, nur in den 80ern und 90ern, hi. Das ist halt auch, äh, cool, wo er das erste Mal zu dem Recall-Programm geht und dann soll er sich ja seine Frau zusammen basteln halt, ne, die er da haben will. Und dann wird da ja auch gefragt, ähm, welche Haarfarbe hätten sie denn gern? Ja, Brünett. Mhm. Ja. Lass mal jetzt mal so stehen. Bevor wir jetzt in die Fun-Facts gehen, ähm, viele, also der Film hat für mich viele Qualitäten, die für mich ultra-positiv herausstechen. Ich bin ja eh, haben wir auch schon drüber gesprochen, da tickst du ja auch ähnlich, ein Riesen-Fan von guten Filmscores, ne? Ja. Und, ähm, hier wieder der gute Jerry Goldsmith. Wenn der Film anfängt und der, das Titel-Theme fängt an, bin ich schon sofort so, yo, mein Film. Also, ich, ich, Jerry Goldsmith hat ja eh ohne Ende Titelsongs gemacht, die halt unfassbar sind, äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolle Scores hier, Rambo unter anderem. Mhm. Aber ich mag oder mochte eh diese 90er-Jahre-Action-Themes einfach total und da, finde ich, hat, war er so mit einer der Ersten, die das so mit in die Gänge, ja, bekommen haben. Bei Jerry Goldsmith tut's mir selber ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, dass der über die Zeit jetzt auch von dem jüngeren Publikum gar nicht mehr so gewertschätzt wird, ne? Und so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil es da vielleicht ein oder zwei Namen gibt, die so nochmal krasser herausstechen für das moderne Publikum irgendwie. Ähm, ja, es, also, um Gottes Willen, ich bin vollkommen bei dir. Also, der Typ hat einfach, äh, Legendenarbeit abgeliefert und, ja, ich hoffe, dass die, die Filme so überdauern, dass die Musik immer noch in den Köpfen bleibt, halt, ne? Ja, 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 ja. Wenn wir uns den Film anschauen vom Look her, finde ich, sticht der auch nochmal eine ganze Ecke raus. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Paul Verhoeven-Ding, dass er generell sich auch mal Leute geholt hat hinter der Kamera etc. und von Set-Designs und so, die den Film immer einen sehr, sehr, sehr geilen Look verpassen. Ich finde, ähm, du hast ja am Anfang, siehst du ja dieses Mars-Ding, wo alles so sehr rötlich ist und so weiter. Und dann kommst du aber bei anderen Szenen so leicht in, leicht, leicht in so, ähm, hier, äh, Rollerball, wollte ich schon sagen, hier, ähm, mit Harrison Ford Anfang 70er, ähm, absoluter Megakult-Film, äh, Blade Runner, Blade Runner, auch so leichte Elemente davon, so dann auch leichte Robocop-Elemente von, von, ähm, wie die Büros etc. aussehen. Also ich finde, der Film hat einen sehr, sehr, sehr interessanten Look, der sich nochmal ein bisschen von vielen anderen Filmen abhebt. Was ich halt an Total Recall so liebe, ist, dass es dreckiges Science-Fiction ist halt, ne? Wir werden ja vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sätze über das Remake dann auch noch verlieren. Der sieht ja aus wie geleckt. Also da ist kein Staubkorn irgendwo drauf. Und ich bin immer der Meinung, klar, man kann Science-Fiction machen, aber warum sind denn, ähm, bei vielen Science-Fiction-Filmen die Sachen nicht benutzt? Also die sehen nicht benutzt aus halt, ne? Das ist ja totaler Blödsinn. Natürlich, ähm, hast du da Maschinen, Computer, Tastaturen etc. pp., aber die werden auch trotzdem von uns Menschen benutzt halt, ne? Es sieht immer alles, äh, funkelt, es glitzert, es ist immer... Genau, gerade ausgepackt halt, ne? Gerade ausgepackt, ja, ja, stimmt, stimmt. Also ich finde, das ist immer total bescheuert irgendwie. Okay, hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin, aber es ist ein guter Punkt. Ah. Es ist ein guter Punkt, ja, ja, ja. Aber findest du nicht auch, dass das generell vom Look her, also abgesehen jetzt vom Dreckigkeitsfaktor her, also dass der generell einfach gut aussieht, der Film? Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja noch so viele Sachen, die da auch noch mit reinspielen. Ich bin ja zum Beispiel auch ein riesiger Fan von Madpaintings, also die Hintergründe. Unfassbar, ja. Das ist eine Kunst, die ja leider Gottes mittlerweile ausgestorben ist, ähm, und die hat bei Star Wars schon Verwendung gefunden und das sieht einfach so krass aus und ich habe einen riesen Respekt vor diesen Künstlern, die halt diese Glasscheiben da bemalen und das ist fotorealistisch halt, ne? Du packst es in den Hintergrund und dann, ja, ist es halt ein Szenenbild so. Und wenn man sich nicht mit dieser Materie auskennt, würdest du es halt nie wissen. Genau, genau, das ist ja eben der Punkt. Und ich hatte gestern auch ein Gespräch, ich weiß gar nicht mehr mit wem, auf jeden Fall ging es halt auch um Madpaintings und quasi die moderne Variante davon mit The Volume, die man da heutzutage nutzt. Also sprich, eine, ähm, ne, ja, ein riesiger Bildschirm, vor dem die Schauspieler halt agieren. Und das Kuriose ist halt, dass diese Madpainting-Variante einfach besser aussieht. Es sieht immer noch besser aus. Es sieht besser aus. Es ist total seltsam. Ja. Und es ist schön, dass du das gerade sagst, das ist echt eine Kunst und, und, äh, hat bei mir auch in meinen Ende-20ern, wo ich dann wirklich mich damit angefangen hab, auseinanderzusetzen, echt, äh, von Anfang an eine riesen Wertschätzung gehabt, weil ich einfach gedacht hab, ey, Leute, dass ich als Zuschauer, als Filmfan seit der Kindheit das nie gerafft hab, dass das einfach nicht da, also, dass das nicht echt ist, was, äh, ich da sehe. Ja, ja. So ist es unglaublich. Effekte, Special Effects in dem Film. Oh, ja. Ich hab ja immer irgendwie gedacht, äh, bis vor einiger Zeit, dass da auch Stan Winston mitbeteiligt war, aber weiß er ja gar nicht. Nein, ist er, ist er nicht. Aber es könnte durchaus Stan Winston Arbeit sein, also, weil es auf dem Level halt ist, ne? Genau, ja, also Eric Brevik oder irgendwie so, äh, hm? Nee, erzähl weiter. Ja, ähm, ist der gute Mann, der da federführend war und, ja, die Effekte, vor allem, also, die praktischen Effekte sind halt über jeden Zweifel erhaben. Das sieht einfach so geil aus. Und es gibt ja nicht nur die eine Szene, wo man denkt, oh, krass, sondern es gibt ja unfassbar viele halt, ne? Und als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, natürlich auch wieder viel zu jung dafür gewesen, ähm, direkt am Anfang und am Ende, ähm, gibt's ja diese beiden Szenen, wo die auf Mars sind, keine Luft kriegen und dann die Augen rauskommen und so. Und du siehst ja auch diesen Übergang gar nicht vom realen Gesicht, sag ich mal, und wie die dann rumbrüllen und so. Und auf einmal so, pop, ploppen die Augen so raus und man denkt so, äh, wie haben die das denn gemacht? Ja, das hat mich damals als Kind auch leicht verstört. Ja, genau. So, ja, ähm, also ich hab tatsächlich so die, 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 also den Effekt, wo ich sag von wegen, okay, der ist für mich halt am meisten herausstechend und das ist halt. Wo das auseinander geht? Nee, 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 hier. Ach so, ja, ja, genau. Nehmen Sie meine Hände, Mr. Quaid. So, und, 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 und wo ich, das ist übrigens auch interessant, dass Arnold Schwarzenegger muss die ganze Zeit halt komische Wesen berühren und hat halt die Berührungsängste. Also auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, auf dem Mars gibt's ja diese, ähm, leicht entstellten Menschen. So, und, und, ähm, da gibt's ja einmal diese Frau, die von der, die siehst du nur von der einen Seite und da ist alles okay und dann dreht sie sich zur Seite und dann siehst du, dass sie halt leicht deformiert ist und so weiter. Und auch dieses Kind und, genau. Und das, das klingt total doof, aber ich find's halt voll schön, dass Arnie da halt keine Berührungsängste in dem Film hat, sondern die ganz normal behandelt so. Und das fand ich halt immer schön, also irgendwie fand ich das immer so von wegen, ey, genau so muss es halt sein. Und auch die Masken halt, ne, es sieht total cool aus. Und auch was anderes, also, ähm, es wird ja auch immer da von, äh, von Mutanten gesprochen, die da halt leben, äh, im Grunde verstrahlte Menschen, wir sind's ja dann auch nicht. Und einfach das Design, wie die die zurecht gestaltet haben, ey. Also erstmal sehr kreativ, äh, sehr kreativ gewesen, so von, von den Ideen her, in der Umsetzung her, dann die Ausführung 1a, also selbst jetzt vor, vor, ähm, einer Stunde noch zu Ende geguckt, bevor wir jetzt die Folge ja aufgenommen haben. So, das sieht einfach unglaublich gut aus, so, und wir haben's schon 8 Millionen Mal gesagt, 10.000 Mal besser als CGI, und es zieht, es hilft immer wieder, mich mehr in diese Welt hineinzuziehen, wenn es halt aussieht von wegen, okay, das könnte jetzt wirklich hier bei mir, neben mir in der Welt stehen, und ich würde glauben, dass es echt ist. Genau, ja, bin ich vollkommen bei dir. Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu dem guten Eric Brevik, ähm, der halt die Special Effects da gemacht hat, zusammen mit Industrial Light & Magic. Also die haben da auch noch mit, äh, drum rum gewerkelt. Und der gute Mann hat dann auch, äh, ordentlich Karriere gemacht halt, ne. Der hat zum Beispiel bei Man in Black, hat der auch mitgewirkt, und witzigerweise, weil ich ja schon meinte, mit dieser Szene, wo, wo Schwarzenegger die Frau spielt, am Terminal, und dann geht das ja so auseinander. Auseinander, ja. Und bei Man in Black gibt's ja so eine ähnliche Szene mit den Alien, halt, ne. Ja, 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 ja. Also, eins zu eins, und der gute Mann hat dann später sogar selber Regie geführt, bei zwei Filmen. Oh, das wusste ich nicht. Unter anderem, ähm, mit, äh, was, Brendan Fraser, muss das gewesen sein, äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ach, interessant, okay. Der hat sich dann darauf spezialisiert, Filme in 3D zu drehen, also, der war scheinbar auch sehr affin damit, neue Techniken sozusagen nach vorne zu bringen. War jetzt nicht der übelste Hit, also, ich war jetzt auch kein, um Gottes Willen, kein riesen Fan von den Filmen, aber er hat zumindest versucht zu gucken, wo sind jetzt die nächsten Hitte, sozusagen. Ja, ja, ja. Es gibt noch einen Effekt, der, der, der ist aber auch, der ist auch, glaube ich, ein bisschen mit in die Popkultur eingegangen, halt, die drei Brüste. Ja, so, ey, why? Warum? Wussten wir, dass wir diese Szene brauchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil das Dumme ist ja, und das wird ja sogar im Film angesprochen, wir Männer haben halt leider Gottes nur zwei Hände. So, was, wenn man mit einer dritten, also, das ist so, aber ja, man hat's. Sagt die Frau dann nicht auch von wegen, zu dem, zu dem Schwarzen dann von wegen, äh, wo er sagt, ja, ich hab ja nur zwei Hände. Ja, dafür machst du es auch gut mit zwei Händen, oder irgendwie so sagt er doch, ne? Ja, 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 aber ganz ehrlich, ist es doch schön, dass es Szenen gibt, die, ähm, einfach so bei allen dann zum Gesprächsthema werden und die allen irgendwie so herausstechen, so, und das, das hat der Film halt, äh, geschafft. Die haben ja den Film in Mexiko gedreht, meine ich, ne? Und, ähm, da weiß ich noch, das hatte ich damals in der Doku irgendwie gesehen, dass die ewig lange gesucht haben, um irgendwie einen Ort zu finden, den man von, wo man auch die Gebäude und so weiter nicht wirklich zuordnen können, können, woher es stammt und dann haben sie dieses, auch dieses eine Gebäude dann in Mexiko gefunden, aber die Dreharbeiten waren wohl echt ziemlich, ziemlich hart und beschissen. Da gab's ja dieses, äh, Story von wegen hier Lebensmittelvergiftung oder irgendwie am Wasser, ähm, am Trinkwasser irgendwie vergiftet, wo irgendwie das, äh, das halbe Team irgendwie krank war und so weiter. Also es scheint nicht easy gewesen zu sein. Ich stell mir das auch echt hart vor, vor allem als, äh, Filmschaffender, wir sind die Produzent, Regisseur, was auch immer. Ich mein, du kannst ja da wahrscheinlich ein Lied von singen mittlerweile. Ähm, stell dir mal vor, du drehst einen Film und alle sind krank. So, und dann hast du natürlich, dann hast du natürlich Produzenten im Nacken, die sagen so, äh, Digga, in drei Wochen, äh, hier, ne, geht der ganze Bums in den Schnitt, so, und dann, äh, in einem halben Jahr oder in fünf Monaten oder was, ähm, ist das Ding im Kino. So, und du stehst da, ja, die Dinger aber alle flach, was soll ich machen? Ja, Horror. Also, Gott sei Dank ist uns das nicht passiert, wir hätten uns auch keinen weiteren Drehtrag leisten können. Ja. So, aber, ja, also egal welches Budget du hast, ist halt eine Vollkatastrophe. Wobei man sagen muss, ähm, es gibt ja auch den einen oder anderen Fall, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt, ähm, darauf zurückzuführen, dass, äh, Leute krank geworden sind oder, was weiß ich, Durchfall hatten oder so, aber, dass Filme verschoben wurden und die Dreharbeiten länger gegangen sind, hat ja oft dazu geführt, dass andere, ähm, Schauspieler für Projekte benutzt oder genutzt werden mussten halt, ne, und das war ja in vielen Fällen auch gut so halt, ne. Es hätte zum Beispiel nie Hugh Jackman gegeben als Wolverine halt, ne, wenn vorher nicht andere Sachen passiert wären bei anderen Produktionen, die halt länger gegangen sind und dadurch Schauspieler geblockt wurden. Ja, ja. Ja, manchmal kommt da was Positives raus, glaub aber, das wird den Produzenten des betroffenen Filmes dann halt nicht glücklich machen. So, hey, okay, ja, ey, cool für dich, dass da noch was Gutes bei rausgekommen ist. Uns hat's halt 10 Millionen Dollar mehr gekostet. Ja. Ja, ähm, ja, noch paar interessante Funfacts und zwar, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, dass Sharon Stone danach Basic Instinct gemacht hat, der dann auch von Paul Verhoeven, ähm, geführt wurde. Und das Interessante ist halt, ich hatte ja anfangs gesagt, dass Sharon Stone jetzt nicht die einfachste Schauspielerin sein sollte, Verhoeven ist auch nicht der einfachste Director, wenn man das so mitbekommen hat, aber er hat sie halt wiedergecastet, weil er hat gesagt, dass er in ihr eine Qualität gesehen hat, die relativ wenige Schauspielerinnen halt haben, dass du ihr halt diesen, diesen Wechsel von gut zu böse, diesen schnellen Übergang, dass du ihr den halt richtig abkaufst. Ist halt eine typische Femme Fatale. Ja, das trifft's, das trifft's, das trifft's, ja. Also nicht mit reizen, geizen, so, ne, aber wenn's da notwendig wird, dann ist er halt das übelste Biest, so. Ja, das ist halt typisch Sharon Stone, also eins zu eins, genau das. Und, äh, wer Basic Instinct gesehen hat, also sie war auch da die Idealbesetzung, also das, das hat, äh, hat der Film für Furore gesorgt damals. Wurde das eigentlich jemals aufgelöst, ähm, die besagte Szene in Basic Instinct, ne, wir kennen sie alle. Ob sie was getragen hat oder nicht? Nee, nee, das nicht, ähm, es gab ja mal Geschichten darüber, dass Sharon Stone das gar nicht wollte. Also, dass, dass sie, ähm, nicht wollte, dass das so veröffentlicht wurde und, äh, Paul Verhoeven das dann einfach gemacht hat. Ich hab aber nie rausgefunden, ob das, äh, einfach nur so ein Urban Myth irgendwie ist oder ob das wirklich so war oder. Ich weiß, weiß auch nicht. Wenn, wenn er's gemacht hat, ohne ihr Einverständnis nicht so cool. Das ist hart, ja. Das ist wirklich hart. Aber gut, dann, dann hätte sie ihn ja auch bestimmt verklagt oder irgendwas, oder? Ja, vielleicht hat sie ja, weiß, weiß, wissen wir ja nicht. Muss man nochmal recherchieren hier, ja. Ähm, dann, auch interessante, äh, Story. Hier, äh, Michael Ironside, ähm, war am Set die ganze Zeit immer wieder in den Pausen nur am Telefon. So, und Arnold Schwarzenegger hat sich die ganze Zeit gefragt von wegen, ey, warum ist der die ganze Zeit immer am Telefonieren und so weiter? Und dann hat, dann wurde Schwarzenegger mitgeteilt von wegen, ja, von, von Ironside, die, äh, Schwester, glaube ich war das, ähm, hat Krebs. So, und, und, ähm, da geht's halt sehr, sehr schlecht. Und dann hat Arnold Schwarzenegger, Ironside, äh, zu sich in den Trailer, also in den, in den, in den riesen Wohnwagen halt, reingerufen. Und die hatten halt ein drei Stunden langes Gespräch, wo Schwarzenegger halt, ähm, ja, Ironside halt so Tipps geben wollte für die Schwester. Pass auf, wenn sie wieder gesund wird, so, von wegen körperlicher Bewegung, etc. Guck mal, wenn du das und das und das machst, kannst du vorbeugen und so. Und, ähm, das war wohl so ein intensives Gespräch, dass Ironside selbst Jahre später noch gesagt hat, von wegen, ey, das werde ich Schwarzenegger nie vergessen, dass er für mich in diesem Moment da war. So, und das finde ich halt auch wieder krass, dass ich halt ein Schwarzenegger halt, ey, ganz, ich, ich kenne den Mann nicht, ne, aber ich glaube, dass, mal abgesehen davon, dass der mega smart ist und ultra talentiert in vielen Sachen ist, mega ehrgeizig ist, ich glaube, das ist einfach ein guter Typ. Also, ich glaube echt, dass das ein guter Typ ist. Ist er auch, definitiv. Ach cool, also, du kennst ihn? Ähm, nee, also. Nee, kenn ich natürlich nicht, aber ich habe sehr viele Dokus gesehen und bei, ähm, Netflix gab's ja jetzt vor kurzem auch wieder eine mehrteilige Doku und so wie er mir rüberkommt, ist er ein herzensguter Mensch, der aber extrem rational an Sachen rangeht. Also, es ist unfassbar, der hat ja, ähm, frei übersetzt so, ähm, von wegen, wenn's dir schlecht geht, du aber nichts dran ändern kannst, dann scheiß drauf, halt, ne? Ich meine, der Typ, da ist sein Vater gestorben und er hat gesagt, na gut, warum soll ich jetzt zur Beerdigung fahren? Bringt der auch keinem was? Ich mach jetzt hier meinen Bodybuilding-Wettkampf halt, ne? Also, das fand ich aber hart, das hab ich in seiner, in seiner Biografie damals gelesen, das war so das Erste, wo ich gedacht hab, von wegen, boah, das, mein lieber Scholli. Also, klar, bringt es was? Ich weiß nicht, aber ich hätte das niemals, also egal für was, ich hätte es niemals übers Herz gebracht. Hätte ich auch nicht, aber der Typ ist halt wirklich auf maximal Erfolg getrimmt, ne? Und er ist halt wirklich so dieser Typ Mensch, der sich über schlechte Sachen, von wegen, ja, ich bin jetzt traurig, das gibt's bei dem gar nicht. Das ist in seiner Welt nicht existent, weil es ihn einfach nicht weiterbringt. Für ihn geht's immer nur darum, wie kann ich den nächsten Schritt machen, dahin, wo ich halt hin will, so. Und, ähm, Sachen, die ihn ausbremsen, die blendet er einfach aus, so. Die sind non-existent. Der ist halt echt ein Terminator, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Deswegen, also, ähm, wenn ich mal jetzt nochmal überlege, wie Leute ihn früher in den Anfang 90ern so aufs Korn genommen haben, von wegen, ja, da wird noch jemand Bürgermeister und so weiter oder Präsident und so weiter. Und, ja, dann gucken wir ein paar Jahre später, gucken wir, was passiert ist. Ich mein, nicht ohne Grund hat der Typ einfach mal drei Karrieren quasi zum Ende geführt, all dahin, höher ging's ja gar nicht mehr, halt, ne? Das schaffen die meisten Leute nicht mal in einer. Also, Bodybuilding mehrfacher, Weltmeister, Schauspieler, der größte Schauspieler zu seiner Zeit, den es gab und Politiker, also der, ne? Als Ausländer. Genau, und er hätte sogar, äh, gerne als Präsident kandidiert, durfte er aber nicht. Durfte er nicht. Hätte er wahrscheinlich auch noch geschafft, ganz ehrlich. Hundertprozentig, ja. Hätte er auf jeden Fall. Er hätte wahrscheinlich dann gesagt in seiner, seiner, ähm, in seiner Speech immer vom Weg, ja, I'll be back und so weiter. Alle klatschen für ihn, gevotet, ey. Ja, genau, ja. Ja, ähm, was mir generell noch bei Total Recall noch sehr, 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 ähm, krass vor Augen geführt wurde, oder was ich damit verbinde, ist, Arnold hatte ja wirklich für eine lange Zeit wirklich einen Kracher nach dem anderen abgeliefert, ne? Also wir kommen dann von, keine Ahnung, von Terminator 1, dann, äh, Running Man, Predator, ja, Total Recall, Terminator 2, etc. Also er hat ja wirklich, ähm, für eine gewisse Zeit wirklich die Kinos nicht nur dominiert, sondern wirklich auch objektiv krasse Filme, ähm, rausgebracht. Ich glaube aber, dass Total Recall, selbst bei den Arnie-Fans, ähm, nochmal ein bisschen ein anderes Publikum, ein anderes Mainstream-Publikum anspricht, als vielleicht Predator, der vielleicht noch so einen leichten, B, nee, nicht B-Movie, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, wenn man nochmal einen anderen Beigeschmack hat, so dass Total Recall ihn vielleicht nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, hab ich zumindest so ein Gefühl gehabt. Ja, weil es vor allem auch noch eine anspruchsvollere Geschichte halt einfach ist halt, ne? Eine schöne Science-Fiction-Geschichte mit diesem, was-wäre-wenn-Kniff halt, ne? Ich meine, nicht ohne Grund, ich meine, in dem Film gibt's auch die Szene mit, äh, nimmst du die Pille, bist du wieder in einem realen, äh... Ja, der Matrix-Vorgänger. Genau, also wie Matrix im Grunde, nur nicht so krass ausgebaut, aber, äh, so diese Ansätze sind ja auf jeden Fall da und diesen, diese Philip K. Dick-Geschichte einfach zu übernehmen, ich meine, Philip K. Dick, äh, war ja auch für Blade Runner verantwortlich oder Minority Reporter, ne? Der hat ja nur so Kram geschrieben, so, also absoluter, äh, Vorreiter in diesen, äh, Science-Fiction-Sachen und dieses, dieses darüber nachdenken, wie die Zukunft von uns aussehen würde halt, ne? Mit, mit KI und was weiß ich und wie entwickelt sich die Menschheit und wo leben wir, was für Maschinen haben wir und so. Und klar, das ist auf jeden Fall ein Film, der extrem raussticht. Und für mich persönlich, ähm, hat Schwarzenegger natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr viele richtig bombastisch geile Filme gemacht, aber für mich gibt's drei Filme, die sind so überlebensgroß, wo alles aufeinander trifft halt, ne? Also, erst mal die Action haut rein, dann, äh, die Special Effects, ein Riesenbudget wurde reingestopft und das sind für mich eben Total Recall, Terminator 2 und, ähm, True Lies. Das sind so die drei überlebensgroßen Filme, so. Hab ich ja eben vergessen. Also, dass du Predator nicht mit reingepackt hast, ist für mich halt so. Predator ist, ähm, um Gottes Willen, ist ein übelst geiler Film, aber der ist nicht dieses, dieses Riesen-Blockbuster-Larger-the-Life-Ding halt, ne? Ja, okay, aber da darfst du halt auch nicht vergessen, dass Arnold Schwarzenegger halt nach Total Recall halt auch ganz andere Budgets bei den Filmen hatte, ne? Hier, Total Recall hat 65 Millionen Dollar gekostet, ja. Bin ich total bei dir und ich wette, jetzt sind schon die ersten, äh, Tastatur-Rambos am Werken und, äh, Terminator, Terminator, der erste Terminator, äh, äh, aber die waren halt noch nicht so ausgestattet mit diesem Geld halt, ne? Ja, okay, hast du recht, ähm, und ich glaube, da kann's, also, es gibt keine richtige Antwort, so, aber, ähm, zum Beispiel bei mir und für mich ist Terminator 2 der Beste, den er gemacht hat, so, ähm, ich hab ein Ultra-Soft-Spot einfach für Predator, so, und für Running Man. Und, und ja, nicht die High-Budget-Filme, aber ich liebe die über alles. True Lies zum Beispiel ist bei mir, bei Arnie, irgendwo am Ende der Top Ten. So, obwohl, pass auf, und, obwohl ich den ultra gut finde, aber du hast dazwischen halt eben noch hier, äh, Terminator 1 und du hast dann, ähm, eben noch ganz, ganz viele von den, von den, ähm, ja, weniger Budget-Filmen, die ich halt aber trotzdem gut finde. Hier, Herkules, ne? Na, Quatsch, macht Spaß. So, äh, so, äh, so, also, er hat halt einfach so eine ganz große Bandbreite an Filmen. Ich glaube auch, ich, 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 ich liebe den, den, äh, ersten, äh, Conan-Film halt auch. So, also, der hat für mich so bestimmt 15 Filme, die ich ultra geil finde und, und, boah, jetzt sag ich echt True Lies, vielleicht so sieben oder so wär der bei mir. Also, um Gottes Willen, ähm, die drei Filme, die ich jetzt angesprochen habe, wären jetzt auch nicht genau die Top 3, äh, in meinem, in meinem Ranking so, weil es natürlich mit Terminator zum Beispiel einen Film gibt, der atmosphärisch doch mal so reinknallt, dass der die anderen Sachen auch mit überstrahlt, sozusagen. Aber, ähm, die drei wären auf jeden Fall meiner Top 5 oder 6. Okay. So, das ist definitiv. Also, ich liebe auch True Lies. Wurde der schon mal gecovert hier? Nee. Dann melde ich mich jetzt hier offiziell für einen. Scheiße, okay. Okay, ja, es gibt schon eine Warteliste dafür, aber kriegen wir hin. Ich würde ja super gerne irgendwann mal als Live-Show ein Arnold Schwarzenegger-Special machen. Oh, das wär so geil. Ja, und, und, und auch zu viert oder zu fünft einfach mal wirklich nicht nur die Karriere durchgehen, die ganzen Filme besprechen und so weiter und da, weil ich finde, klingt ja total corny, aber ich finde so gewisse Schauspieler, die uns einfach geprägt haben, so, die haben halt mehr als nur so ein normales Special verdient, so. Ja, Stallone von Damm kannst du da gleich mit dran hängen. Es wird kommen. Ihr habt's gehört, ihr habt's gehört. Es wird kommen, es wird kommen. Ja, 65 Millionen Dollar gekostet, 261 eingespielt, großer Erfolg. Nicht in dem Maße, was noch andere später oder vorher, oder Terminator 2 dann später noch eingespielt hat, aber auf jeden Fall schon ein Riesen-Blockbuster. Hat auf IMDb 7,5, ist natürlich jetzt eine starke Bewertung, ist mir persönlich noch ein bisschen zu wenig. Ja, mir auch, also ich würde auf jeden Fall über 8 gehen. Ja, bei mir ist er eine 8,0. Ich hätte ihn jetzt sogar auf 8,5 gepackt. Ja, da hab ich mir schon gedacht, dass er bei dir da ist, bei mir ist er eine 8,0. Ja, aber ist doch ein gutes Ergebnis halt, ne? Ja, ey, ist ultra krass. Was ich immer schön finde, ist, ich meine, der Film hatte viel Budget, das definitiv, aber darum musste Paul Verhoeven auch kämpfen. Der hat sich extremst mit dem Studio angelegt und hat Schwarzenegger auch in dieser Doku da erzählt, dass Verhoeven da sehr gerne mal in dieses Büro gegangen ist und der ist ausgerastet. Der ist ausgeflippt, hat auf den Tisch gehauen und ja, es geht nicht, wir brauchen hier mehr Geld. Und wenn sich das dann am Ende aber noch auszahlt halt, wenn dann der Regisseur für seine Vision belohnt wird und Recht behält. Sowas finde ich halt immer cool halt, ne? Ja, ja. Kannst du aber halt auch nur mit einem Studio machen, die auch dann wirklich Kohle haben, ne? Ja. Ja, aber ganz ehrlich, Paul Verhoeven, ja, lass es ein Director sein, der nicht easy zu handeln ist und wo auch viele Produktionsfirmen dann irgendwann gesagt haben, von wegen, okay, lieber die Finger von lassen. So, aber der Mann weiß halt, was er tut. Also, der hat einfach so viele Filme gemacht, die halt nicht nur gut sind, sondern die halt wirklich was bewegt haben in der Filmlandschaft. So, und ab einem gewissen Punkt musst du halt sagen, von wegen, ey, ja, schwierig, aber das Endresultat lässt sich halt auch sehen. Und der hat halt auch Grenzen eingerissen halt, ne? Also, jetzt nicht nur, was den Splatter-Gewaltfaktor angeht. Oh, der übrigens auch in dem Film gut ist. Sorry, musste man das sagen. Geil, geil, und schöne Blutpacks und so weiter, hat er auch gut gemacht. Und Männer, die ihre Arme verlieren. Ja, also, das kann der Mann halt auch. Ja, also, wie gesagt, er hat Grenzen eingerissen und er hat ja in den meisten Filmen auch probiert, gesellschaftskritisch auch zu sein halt, ne? Das war nicht nur dieses plumpe Rumgeballer-Action-Gedärme fliegen durch die Gegend, sondern er hat immer noch probiert, eine wirklich tiefergehende Sache da irgendwie mit einzubinden. Ja, und das hat er nicht nur probiert, hat er auch geschafft. Ja, genau. Ja, haben halt vielleicht nicht alle sofort verstanden, aber mittlerweile weiß man es halt, ne? Ja. Liebe Leute, Total Recall. Ja, gab ein Remake. Ich möchte gar nicht groß darüber. Nicht der, nicht der Redewert. Bleibt beim 1990er-Film absoluter Blockbuster. Absolut eines der besten Werke der 90er-Jahre, eines der besten Werke von Arnold Schwarzenegger. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, super gut gealtert, sieht immer noch klasse aus, selbst aus heutiger Sicht immer noch ein Augenschmaus. Guckt ihn euch an, postet mal gerne in die Kommentare, ob ihr ihn damals gesehen habt. Wo rankt ihr ihn in der Filmografie von Arnold Schwarzenegger, würde ich sehr, sehr gerne wissen. Und ja, ansonsten sag ich, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder auf... Red kein Quatsch, SeanDavidTV. Tschö. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. D D D Vielen Dank.